Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Dienstag, dem 29. Januar 2019. Ihr hört die Geek Talk Daily 553 und ich habe heute die folgenden Themen bereit. Ping-Anrufe, Pappe, Kernkraft, Bahnhofstrasse, iPads und Netflix for Games. Ja, Ping-Anrufe. Ich weiß nicht, ob ihr solche kennt, aber es gibt sie, die Anrufmaschen, worüber ihr angerufen werdet und wenn ihr das Telefon dann abnehmt, nicht mit der Nummer verbunden werdet, die euch angezeigt wird, sondern mit irgendeiner Nummer in Afrika oder sonst irgendwo in einem Land, wo dann ziemlich schnell ziemlich viel Geld von euch oder besser gesagt eurem Konto oder noch besser gesagt eurer Telefonrechnung schlussendlich dann auf eurem Konto aufschlägt, was ihr zu bezahlen habt. Aktuell warnt die Polizei aus Hessen vor eben solchen Anrufen, heisst Anrufe, die von der Nummer plus 496900 und ähnliches kommen, sollte man mit Vorsicht geniessen, zumindest bei uns jetzt als Schweizer, wenn man nichts mit den Leuten aus Hessen zu tun hat und da keine Menschen kennt und auch nicht unbedingt firmentechnische Verbindungen hat, dann sollte man sowas einfach nicht annehmen. Vielfach, wenn man auf solche Nummern zurückruft, landet man da auch nur irgendwo im Leeren, logischerweise, weil da kann das Ganze dann nicht an euch partizipieren und somit unbedingt vermeiden. Ich selber hatte auch den ein oder anderen Anruf aus der Region in den letzten 5-6 Tagen, haben sie mir dreimal pro Tag angerufen, so eine Nummer. Wenn es nicht irgendeine Agentur ist, die mir irgendwas wieder aufquatschen möchte, als Blogger hat man das leider sehr viel, dann ist es eventuell etwas aus der Richtung. Von dem her, ich nehme da mal lieber nicht ab, für etwas habe ich ja meine Combox. Pappe statt Plastik. Apple macht ja schon seit vielen Jahren seine Verpackungen aus eben Nicht-Kunststoff und teilweise auch aus Stärke, Kartoffelstärke und so weiter, damit das Ganze dann auch umweltverträglicher ist, wenn man es wegwirft. Die Firma Fairphone macht das auch schon seit einiger Zeit, eigentlich seit dem ersten Gerät. Und logischerweise passt es da ja auch total zum Konzept. Und für 2019 und dem kommenden Galaxy S10, und ihr habt sicherlich erraten, Samsung ist jetzt im Spiel, denn die möchten auf Bio-Plastik setzen, eben Pappe und Ähnlichem, um eben dem Ganzen vorzubeugen und ein bisschen was in Richtung Umwelt zu tun. Sicherlich kann man da noch deutlich mehr tun, das sieht man an diversen Firmen und unter anderem auch immer wieder an den Vorwürfen und dann auch an den Belobigungen von WWF in Richtung Apple. Und da ist Samsung sicherlich auf dem richtigen Weg. Da dürften einige andere Hersteller auch noch was tun. Wir dürfen also gespannt sein auf das neue Gerät. Gates will im Bereich Kernkraft stärker investieren. Hat er doch vor einigen Jahren schon eine Firma gekauft, die sich mit dem Ganzen befasst, mit der neuen Kernkraft, nicht wie man so schön sagt, mit der, die man eben aktuell am Abbauen ist. Es soll ja da sicherere Möglichkeiten geben. Zum einen möchte er eine Milliarde aufwerfen, um den US-Senat davon zu überzeugen, mal in die Richtung was zu probieren. Die ganzen Theorien rundherum gibt es schon seit den 50er Jahren. Bis jetzt hat aber noch niemand über die Simulation am Computer ausprobiert. Eine weitere Milliarde möchte er dann privat investieren, eben in seine eigene Firma, die an sowas eigentlichem arbeitet. Ich bin da mir nicht ganz so sicher, ob wir noch mehr Atomstrom brauchen. Aber wir müssen natürlich schauen. Immer mehr Strom, immer mehr Gadgets, die immer noch mehr Strom benötigen. Haben wir in unseren Haushalten und das muss auch irgendwo herkommen. Und endlich Wasserenergie und endlich Luft und so weiter geht natürlich auch nicht. Wir dürfen gespannt sein, was da die Zukunft bringt. Alternativen gäbe es viele. Man müsste nur mal investieren und eben nicht nur aufs eigene Portemonnaie schauen, liebe Firmen, sondern auch vielleicht auf dem Planeten. Wer Apple Music hört, oder das Abo hat darauf, der mag das vielleicht auch von dem Android auch geniessen. Auf dem Smartphone geht das schon seit 2015. Jetzt dann schon vier Jahre. Ja gut, Ende 2015 war es. Also mit drei Jahren. Eigentlich schon eine lange Zeit. Jetzt gibt es endlich ein Update. Die App gibt es jetzt auch für diverse Tablets. Heisst, ihr könnt, wenn ihr irgendwo noch ein altes Android-Tablet rumliegen habt und eben Apple Music abonniert habt, jetzt das auch darüber geniessen, steuern etc. Definitiv nicht der falsche Weg. Vor allem da Apple ja seine ganzen Zahlen, was den Bereich Services anbelangt, bis im Jahre 2020, glaube ich, war es, verdoppeln möchte. Die Zürcher Bahnhofstrasse. An der gibt es ein bisschen Streit. Schon seit Längerem ist der Manor, ist ein Detailhänder hier in der Schweiz, mit dem Vermieter. Und die sind sich nicht ganz einig, was der, also was das neue, wie soll ich sagen, nach dem 30-jährigen Vertrag hat man noch eine fünfjährige Auslaufzeit gehabt oder eine zusätzliche Zeit gehabt, wo man es eigentlich zu marktüblichen Preisen hätte bekommen sollen. Manor findet, sie tun es nicht. Swiss Life, denen das Ganze gehört, meinen schon. Doch was hat das mit Apple zu tun? Ja, der Flagship Store, einer der hier in der Schweiz befindlichen, befindet sich genau in dem Gebäude. Dazu gibt es eine längere Geschichte auf macprimed.ch, die sich lohnt zu lesen. Alleine schon, um zu sehen, was seit 1900 irgendwas ganz weit unten bis heute mit dem Gebäude passiert ist, was da alles drin war und die Geschichte dahinter. Auf jeden Fall spannend und ja, mal schauen, ob es das Teil noch lange da drin gibt. Eigentlich möchte Apple ja generell grösser werden, was die Fläche und alles drum und dran belangt. Ich hoffe mal, sie finden Alternativen in ähnlich guter Lage. Ist ja die teuerste und am meisten Umsatz, oder eine der teuersten und die am meisten Umsatz bringende Straße der Welt. Und eindrücklich, immer wieder. Aber ja, Schweiz ist nicht günstig. Behind the Scenes. Apple hat ein paar neue Werbeclips rausgehauen zum iPad Pro. Das ist schon ein bisschen her. Und da gibt es jetzt eben einen Behind the Scenes quasi, wo sie zeigen, wie das Ganze gemacht wurde. Die ganzen Trailers oder die ganzen Werbefilme. Fünf an der Zahl. Ich weiss nicht, wie ich da helfen kann. Ich lerne noch. Dankeschön, Google, dass du lernst. Das freut mich. Entschuldigt vielmal. Auf jeden Fall die ganzen Videos. Fünf an der Zahl. Wurden gedreht mit einem iPad Pro. Und auch bearbeitet auf einem iPad Pro. Da ist schon interessant, was man alles eben heutzutage mit so einem Tablet machen kann. Und ich bin ja da auf einem ähnlichen Trip. Ich habe mir Ende letzten Jahres ein iPad Pro. Auf bogipsi.ch findest du den Testbericht dazu gekauft. Und jetzt neu auch noch den Stift und die Tastatur. Und ich will da mehr mitmachen. Bin auch schon fleissig am rumbasteln, neue Apps austesten und so weiter. Dazu gibt es sicherlich nächstens dann auch mal im Geek Talk etwas zu hören. Und oder sicherlich auf dem bogipsi.ch Blog mehr zu lesen in der Sparte. In der Sparte. Zu guter Letzt. Es ist in diesem Jahr schon aufgetaucht, dass Microsoft anscheinend an einem Netflix for Games am Arbeiten ist. Das haben sie auch schon ein bisschen in die Richtung angekündigt. Erst vor kurzem durfte ich euch erzählen, dass eben an der E3 einiges zu sehen sein wird. Von Seiten Microsoft her. Jetzt ganz spannend tauchen heute und gestern ganz, ganz viele Berichte auf. Eben zu diesem Netflix for Games in Sachen Apple. Neben einem Zeitschrift-Abo. Also News-Abo, was sie anscheinend am Aufbauen sind. Was sich eben verdichtet in den letzten Tagen. Und natürlich dem schon lange, lange, lange in der Pipeline befindlichen Apple-Videodienst, Streaming-Dienst. Das ist Netflix für Videos von Apple quasi. Soll eben auch im Bereich Spiele etwas kommen. Und dazu habe ich ja vorher gesagt, Apple möchte die Umsatzzahlen da verdoppeln im Bereich Services. Und somit könnte man das Ganze natürlich auch anreichen. Indem, dass man einfach quasi monatlich 10, 15, 5 oder wie viele auch Währungseinheiten in den Topf schmeißt. Und dann halt einfach die Spiele spielen kann. Wenn man sich so den App Store, die Charts dazu anschaut. Da sind ja unglaublich viele Spiele immer mit drin. Somit eigentlich logischerweise und ein logischer Schritt. Und da gibt es ja die wildesten Gerüchte. Neue Apple TV und einen neuen iPod Touch, den man dann als Steuerungsgerät nutzen kann etc. Alles mögliche ist da mit drin in den Gerüchten. Wir dürfen gespannt sein, ob ihr im Frühjahr schon was hören und oder ob es WWDC wird. Eins von beiden auf jeden Fall. Das waren es die Neuigkeiten, die ich heute für euch bereit hatte. Ich würde mich freuen, wenn ihr morgen auch wieder reinhört. Und auch über euer Feedback, eure Rückmeldungen. Ich hoffe, heute hat Aufonik oder wie auch immer ein bisschen weniger Ansprüchen und Buchstaben oder gar Wörter verschluckt. Anscheinend hat ab dem einen oder anderen in der gestrigen Folge das Ganze nicht so gepasst. Es tut mir leid. Ja, bis dann. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geektop. Hört mehr Geektop. Hört mehr Geektop. Hört mehr Geektop. Hört mehr Geektop.